Bismillah und Alhamdulillah Wir fahren fort mit dem Buch Taisirul Latifi al-Mannan Fi Khulasati Tafsir al-Qur'an El-Sheikh Abdur Rahman ibn Nasr al-Si'idi Und wir haben im letzten Unterricht die Verse beziehungsweise den Abschnitt abgeschlossen in dem der Autor die Verse erwähnte über unseren Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Und somit hat der Sheikh die zweite Grundlage abgeschlossen, die er erwähnte als er sagte, dass es drei Grundlagen gibt die zusammenhängen Die erste Grundlage ist der Tauhid die Einzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala Die zweite Grundlage ist die Entsendung die Botschaft und zwar die Entsendung unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam Und dies haben wir im letzten Unterricht abgeschlossen Die dritte Grundlage, die der Sheikh erwähnt hatte war die Wiederauferstehung Die Wiederauferstehung ist die dritte Grundlage die mit den zwei ersten Grundlagen zusammenhängt der Tauhid die Botschaft und die Wiederauferstehung Und heute beginnt der Unterricht mit dem nächsten Abschnitt in dem der Sheikh über die Wiederauferstehung sprach und zwar in dem er die Verse erwähnte in denen Allah subhanahu wa ta'ala über die Wiederauferstehung und den Tag des jüngsten Gerichtes sprach der Tauhid l-abinde die Aufsagee Allas وanufihafii sur Fasarqa manfissamawaati wamanfissamawati.com in der Erd illa man schaalallah Summe nufikafihi ukhra faizahum qiyamun yanburoon Ilah akhe ssuratekeime Der Sheikh Rahimahullah erwähnte die Aussage Allah Subhanahu Wa Ta'ala Und es wird ins Horn geblasen Und da bricht tot zusammen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist Außer wer Allah will Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen Da stehen sie sogleich auf und schauen Bis zum Rest der Sura Bis zum Ende der Sura Der Sheikh Rahimahullah sagte Von den wichtigsten Grundlagen des Glaubens Von den wichtigsten Grundlagen des Glaubens Ist der Glaube an den letzten Tag Ich glaube an alles, was Allah und sein Gesandter mitteilten Was nach dem Tod kommen wird Von der Prüfung im Grab Der Wonne und der Strafe im Grab So wie den Zuständen am Tag der Auferstehung Und was an diesem Tag sein wird Und von den Eigenschaften des Paradieses und der Hölle Und von den Eigenschaften deren Bewohner Er sagte Der Glaube an den letzten Tag Ist der Glaube an dies, an all dies Allgemein und im Detail Dann begann der Sheikh Mit den Zuständen im Grab Er sagte Der Sheikh sagt Was denn die Zustände im Grab anbelangt Und die Prüfung darin So wie die Strafe und die Wonne des Grabes Und die Details dazu So wurden darüber Die prophetischen Überlieferungen Vielfach überliefert Und zwar authentisch So wie es bekannt ist Und der Koran deutete darauf hin In einigen Versen Im Koran deutete Allah Auf die Strafe im Grab Doch es ist nur eine Andeutung Und nicht direkt Nicht eindeutig Doch es ist da Und wenn man in die Bücher des Tafsir Schaut Wie zum Beispiel Als Allah subhanahu wa ta'ala Über die Heuchler sprach Sagte er Dass Allah sie zweimal Bestrafen wird Und danach Und dass sie danach Eine gewaltige Strafe bekommen Und wenn man in den Büchern Des Tafsirs schaut Sieht man Dass die meisten Der Gelehrten Der Salaf Erklärten Dass eine dieser zwei Strafen In denen Allah sagte Zweimal Dass eine davon Im Grab ist Und dass die gewaltige Sprache Danach Die Hölle sein wird Der Scheich Rahimuhullah Sagte Was das anbelangt Was danach sein wird Nach dem Grab Sagte er Wenn der Allmächtige König Die Diener die Diener Die Diener auf erwecken will Und versammeln Und belohnen will Und ins Horn Als ein Arabi Als ein Arabi Den Propheten Sallallahu alayhi wa sallam Fragte Was ist Assur Sagte er Sallallahu alayhi wa sallam Assur Das ist ein Horn In das geblasen wird Der Scheich sagte Er sagte Es ist ein gewaltiges Horn Dessen Größe Niemand kennt Außer der Der es erschaffen hat Er sagte Er sagte So wie es Im bekannten Hadith Von diesem Horn Erweint wurde Ebenfalls wurde Überliefert Dass der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Sagte Der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Sagte In einer Überlieferung Dass der Engel Der beauftragt wurde In dieses Horn Zu blasen Dieses Horn Schon an seinem Mund Bereit hat Seitdem er Erschaffen wurde Er wartet Auf den Befehl Hinein zu blasen Worauf er Hinein blasen wird Er ist schon bereit Deshalb sagte Der Prophet Sallallahu alayhi wa sallam Im anderen Hadith Bu'ihtu ana wassa'a Kahatein Ich und die Stunde Wurden wie diese zwei Entsandt Oder ich wurde entsandt Verglichen zu der Stunde Wie diese zwei Und er zeigte mit seinem Zeigfinger und seinem Mittelfinger Direkt nacheinander Und dies zeigt Dass die Stunde Sehr nahe ist Der Schicht sagte weiter Erklärend Wanufi khafisur Und die Aussage Allahs erklärend Und es wird ins Horn Geblasen Zuerst sagte er Dass es ein Gewaltiges Horn ist Dessen Größe Niemand kennt Außer der Der es erschaffen hat Danach sagte er Oder es bedeutet Wanufi khafisuri Ala wajhin La ya'lamu kunhahu Illallah Nafchate Assa'qi Wal fasa' Er sagte Oder Und es wird ins Horn Geblasen Auf eine Art Wie niemand es kennt Und weiß Außer Allah Und zwar Wird einmal Ins Horn geblasen Für das Zusammenbrechen Und das Sterben Der Schöpfung Und in Panik Versetzen Er sagte Nafchate Assa'qi Wal fasa' Das heißt Dieses Erste Mal Ist das Hineinblasen Welches Die Schöpfung In Panik Versetzt Und sterben lässt Er sagte Er sagte Die Bewohner Des Himmels Und der Erde Werden aufgrund Dieses Hineinblasen Ins Horn Sehr besorgt Sein Und Tod Zusammenbrechen Außer Der Von der Schöpfung Allah ausschließt Und einige Sagten Damit sind Die Die Belohnung Und die Schöpfung Im Paradies gemeint Wie Al-Hurul'in Und Al-Wildan Die im Paradies sind Danach sagte Allah Subhanahu wa ta'ala Thumma Nufi Khafihi Ukhra Hierauf Wird Ein weiteres Mal Hinein geblasen Und das ist Nafchatu Al-Ba'f Das ist das Hineinblasen Für das Wiederauferwecken Für die Wiederauferstehung Das heißt Wie viel Mal Wird hineingeblasen Zweimal Laut der Aussage Des Scheechs Rahimullah Einige Gelehrten Sagten Es wird Dreimal Hineingeblasen Wir Erwähnen das Nach dem Adal InshaAllah Der Scheech Erwähnte Rahimahullah Dass zweimal Ins Horn Geblasen wird Und einige Der Gelehrten Sagten Es wird Dreimal Ins Horn Geblasen Einmal Das erste Mal Wird sein Um die Schöpfung In Panik Zu versetzen Das zweite Mal Das zweite Mal Wird Dafür sein Damit die Schöpfung Tod zusammenbricht Und das dritte Mal wird sein Um die Schöpfung Wieder auf Aufzuerwecken Wie dem auch sei Danach Erwähnte Allah Subhanahu wa ta'ala Das nach Dem die Schöpfung Wieder Aufersteht Dass sie Sogleich Aufstehen Und Schauen Fäithä هم قيام قيام من أجداثهم كامل الخلقة ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجاز فيها العباد بأعمالهم حسنها وسيئها سيئها 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 entlöhnt werden gemäß ihren Taten ihren Guten sowie ihren Schlechten er sagte amal mu'minuna ta'i'un fa yaqumuna mutma'innina ta'ami'ina fi fadli rabbihim wa rahmatihi mustabshirina bi thawabihi wa afwihi wa maghfiratihi was die gläubigen gehorchenden anbelangt so werden sie ruhigen Herzens auferstehen während sie nach dem Vorzug ihres Herrn und seiner Barmherzigkeit trachten während sie voller Freude sind über seine Belohnung sein Verzeihen und seine Vergebung yuhsharuna ila mawqifil qiyama wafdan mukramin sie werden zum Standort des Gerichts als geehrte Gruppe versammelt wa ammal mujrimun fa yaqumuna fazi'ina khāifina mutahassirin yadu'una bil wayli wa thubur was die Verbrecher anbelangt so werden sie voller Angst und Panik erfüllt auferstehen während sie bedauern und nach der Vernichtung rufen yaquluna ya waylana man ba'athana min marqadina fa yusakuna ila jahannama wirda sie werden sagen o wehe uns wer hat uns aus unserer Schlafstätte erweckt worauf sie sehr durstig zur Hölle getrieben werden fa hina idhin takthurul qalaqilu wal ahwalu wa yashibul wildalu min hawli thalika al-yaumi wa faza'atihi an diesem Tag wird die Unruhe und das Entsetzen sich vermehren an dem die Kinder durch dessen Entsetzen durch das Entsetzen dieses Tages zu greisen werden dann auch eventuell die auch sagge allah subhanahu wa ta'ala jauhmataraunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa ta'da'u kulli thati hamlin hamlaha wa ta'ranna sa sukara wa ma wa ta'ala wa ta'ala an dem tag an dem Tag da ihr seht wird jede stillende aus ersetzen aus entsetzen das vergessen was sie soeben stillt und jede schwangere wird mit dem niederkommen was sie trägt und du siehst die menschen trunken obwohl sie nicht betrunken sind aber die strafe allahs ist streng dann abente die aus allah subhanahu wa ta'ala yawma yafirru almar'u min achi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likull imri'im minhum yawma idhin shaknun yughni wujuh yawma idhin musfirah da'ahikatum mustabshirah wa wujuhu yawma idhin alayha gabarah tarhhaqu ha qatarah ula'ikahum ul kafaratul fajarah am tag da der mensch flieht vor seinem bruder und seiner mutter und seinem vater und seiner gefährtin und seinen söhnen jedermann wird jeder man von ihnen wird an jedem tag eine angelegenheit haben die ihn beschäftigt die einen gesichter werden an jenem tag erstrahlen lachen und sich freuen und auf den anderen gesichten wird an jenem tag staub sein und sie werden von dunkelheit bedeckt sein das sind die ungläubigen die sündiger danach erwähnte er die aussage allah subhanahu wa ta'ala wa yawma tashakaku samāu bil ramāmi wa nuzzila al-malāikatu tanzila al-mulku yawma idhin il-haq qu l-Rahman wa kāna yawman ala al-kāfirīna asīra und am Tag da sich der Himmel Wolken hervorbringend aufspaltet und die Engel gewiss herabgesandt werden an jenem Tag gehört die Herrschaft die wahre Herrschaft dem Allerbarmer und es wird für die Ungläubigen ein schwerer Tag sein und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir uns an diesem Tag zu erbarmen und von den Gläubigen gehorchenden Dienern sein zu lassen die nach dem Vorzug ihres Herrn und nach seiner Barmherzigkeit trachten die an diesem Tag voller Freude sein werden über seine Belohnung und seine Verzeihung und seine Vergebung und dass wir von denen sein werden die sein Paradies betreten und für ewig und immer darin verweilen und im nächsten Unterricht werden wir inshallah weitermachen wallah ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad 2 2 Vielen Dank.